Was ist heißt, dass das Ministerium für Staatssicherheit sich als Schild und Schwert der Partei, also der SED, verstand? Das zeigt ein auf den ersten Blick recht unscheinbares Dokument aus einer Akte der Bezirksverwaltung Magdeburg. In der Akte sind ansonsten recht banale Dinge versammelt. Da geht es zum Beispiel um die Absicherung eines Fußballspiels zwischen Magdeburg und Borussia Mönchengladbach. Es findet sich eine Parkkarte zur Weltmeisterschaft im Modellbau, die in Magdeburg 1981 stattfand. Und wir finden eine Liste mit Möbeln, die beim Umzug eines MFS-Objektes mit transportiert werden sollten. Aber es findet sich auch ein Durchschlag eines Schreibens des Leiters der Bezirksverwaltung Magdeburg vom 7. April 1981. In dem Schreiben geht es darum, dass der Leiter seine untergebenen Diensteinheiten anweist, dass in Krankenhäusern für Psychiatrie untergebrachte Personen nicht ohne Kontrolle die Einrichtungen verlassen können, sowie Urlaub und Ausgang auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden und dass in Abstimmung mit der Volkspolizei psychisch Kranke, die sich in ambulanter Behandlung befinden und von denen eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ausgehen kann, während des Aktionszeitraumes in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen werden. Das Schreiben bezog sich auf einen Befehl des Ministers für Staatssicherheit, Erich Mielke, der angewiesen hatte, dass der SED-Parteitag, der 1981 in Berlin stattfinden sollte, durch das MFS gesichert werden sollte. Die Stasi fürchtete offenbar, dass psychisch Kranke aktiv werden konnten und möglicherweise durch einzelne Aktionen den Parteitag gefährdet hätten. Wie weit allerdings tatsächlich psychisch Kranke und in welcher Zahl von dieser Anordnung betroffen waren, das sagt die Akte nicht. Wir sehen an diesem unscheinbaren Dokument, wie die Staatssicherheit die Vorgaben der Partei umsetzte und wir sehen, dass auch die schwächsten Teile der Gesellschaft von Menschenrechtsverletzungen betroffen sein konnten.